Ja, grüß Gott, ich bin der Laura Matthäus und ich bin natürlich am 6.7. auch dabei bei der Radtour, weil ich bin ja nicht nur ein guter Fußballer, sondern ich kann auch Vorrat fahren und ich bin unheimlich fit, halte ich mich jedenfalls auch noch für meine alten Tage, halte ich mich unheimlich fit und deswegen bin ich natürlich selbstverständlich dabei und vielleicht ist ja auch irgendjemand vom VfL Bochum dabei, der vielleicht einen neuen Trainer sucht für den VfL und ich bin für alles offen, nicht nur für das Vorrat fahren, natürlich auch für den Fußball und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und wir sehen uns sicherlich dann auf dem Vorrat.